Diese zum Kauf angebotene neuwertige 4-Zimmer-Doppelhaus-Hälfte befindet sich in Leerte. Das im Jahr 2006 erbaute Objekt wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über zwei Carport-Stellplätze. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 228 m² bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 115 m². Das Objekt steht für 245.000 Euro zum Verkauf. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.